Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Epportrag starten zwar mit der nächsten kleinen Review bzw. gegeneinander Vorstellung und zwar mit den nächsten beiden Geräten und zwar den OmniCharge 20 und 20C Powerbanks. Jetzt auf den ersten Blick sehen die beide erstmal gar nicht so grundverschieden aus. Das macht sich aber dann schon als erstes bemerkbar, wenn wir die ein wenig hochstellen, sodass wir auf der linken Seite sehen können, dass die USB-A-Anschlüsse blau eingefärbt sind und auf der rechten Powerbankseite sind die USB-A-Anschlüsse schwarz. Der grobe Unterschied hier ist, dass wir hier auf der linken Seite die Omni 20C haben und auf der rechten Seite die Omni 20. Gibt es natürlich auch noch eine dritte Version von der Omni 20. Die hat dann noch ein QI-Ladepad integriert. Das haben die beiden jetzt hier leider nicht. Hätte man auch so kombinieren können, dass alle drei Funktionen halt perfekt sind und zwar wie die Omni 20. Einmal jetzt hier 230 Volt Ausgang auf der linken Seite. Das hat die Omni 20C nicht. Die hat nämlich den USB-C-Anschlussstecker. Deswegen steht das Omni 20C auch für USB-C. Genau so ist es. Gucken wir mal von der rechten Seite drauf. Da fällt das nächste schon mal auf. Wir haben wieder bei der Omni 20C ein USB-Hub beziehungsweise einen USB-C-Stecker beziehungsweise einen Eingang natürlich, eine USB-C-Eingangsbuchse. Und hier auf der normalen Omni 20 haben wir eine Rundsteckerbuchse, die da reingeht und zwar zum Aufladen der Powerbank. Die wird nämlich aufgeladen von 4,5 bis 36 Volt und dementsprechend mit maximal 45 Watt. Das kennen übrigens beide Powerbanks. Hier an der Stelle haben wir noch einen kleinen Lüfter. Der ist dafür eingebaut, weil wir ja 230 Volt erreichen können. Das stimmt tatsächlich. Werde ich gleich nochmal mitzeigen. Hatte ich aber auch schon mal ein separates Video zugemacht, damit hier die Akkutechnik gut gekühlt werden kann. Auf der Rückseite steht dann bloß nochmal direkt drauf, mit welchen Versionen wir es hier zu tun haben. Und das ist hier wie gesagt auf der rechten Seite die normale Omni 20C. Die haben aber beide 20.400 mAh. Dementsprechend ist es also halt nicht mAh, sondern mAh so rum. 20.400 mAh so rum. Und zwar bei 3,6 Volt sind das jeweils 73 Wattstunden. Aber die können beide 100 Watt ausgeben. Hier 230 Volt und 100 Watt maximal. Und hier können wir per USB-C auf der einen Seite 60 Watt ausgeben und dann nochmal zusätzlich 30 Watt ausgeben. Aber wir können auch die beiden USB-A-Anschlüsse noch mit beanspruchen. Wie das Ganze funktioniert, sehen wir. Hier steht es ja nochmal maximal 60 Watt Single USB-C. Und wenn beide benutzt werden, USB-C rechts und links, dann insgesamt 100 Watt. Aber da zählen auch die USB-A-Anschlüsse auf der Vorderseite dazu. Habe ich direkt schon mal ausprobiert. Dann unterstützt die natürlich Power-Delivery-Input von 5 Volt bis 20 Volt mit maximal 3 Ampere. Allerdings lädt sie nicht mit 60 Watt, sondern wie gesagt mit maximal 45 Watt. Single Max, hier steht es 45 Watt. Und beides, wenn wir mit beiden aufladen, auch 45 Watt. Das heißt, ich kann auf einer Seite laden, ich kann aber auch dual aufladen. Dementsprechend ändert sich die Lade-Watt-Anzeige nicht. Es wird insgesamt mit maximal 45 Watt aufgeladen. Wir haben hier noch einen weiteren Vorteil bei der OS... Quatsch! Bei der Omni 20C. Warum will ich immer USB sagen? Omni 20C hat auch noch einen USB-Hub eingebaut, wie gesagt. Wir können die Daten durchschleifen von hier nach hier. Das heißt, wir können hier weitere Geräte noch anschließen, die den USB-C-Port voll und ganz mit ausreizen. Das ist schon mal eine ziemlich praktische Sache. Und das kann die Version natürlich jetzt hier insgesamt natürlich nicht. Ich sehe gerade hier, sagt 73 Wattstunden, die 72,3 Wattstunden plus minus 5 Prozent. Das ist auch der Witz daran. Hier sehe ich gerade, die hat 20.100 mA und die 20.400 mA. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen durcheinander gekommen, weil das fällt auch direkt auf. Wenn beide vollgeladen sind, erreichen die niemals dieselben Wattstunden. Jetzt weiß ich auch warum. Das liegt an diesen minimalen Unterschieden. Gedrückt werden sie beide so an. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, wie man unschwer erkennen kann, die 94 Prozent. Und auf der linken Seite die 45 Prozent. Hier wird dann auch nochmal direkt im Untermenü eingestellt, wo ich denn was machen kann. Und zwar sagt uns jetzt dieses kleine Menü hier auf der Oberseite, wie viel Spannung, beziehungsweise nicht Spannung in Volt, sondern in Watt, wie viel Leistung rausgeht und wie viel unten reingeht, beziehungsweise oben was reingeht und unten was rausgeht. Weil hier ist nämlich der Rundstecker angepriesen und hier ist der Type-C-Anschluss, wie man das unschwer erkennen könnte. Also ich weiß nicht, ob man es unschwer erkennen kann. Ich kann es auf jeden Fall gut sehen. Da an der Stelle, das ist der Rundstecker oben und das hier ist der USB-C-Port. Und das ist das, was dann der Akku rausballert. Das ist schon mal echt ziemlich praktisch. Ja, ansonsten, was können wir sonst nochmal direkt sehen? Wir können durch einen Doppelklick bei beiden ins Menü kommen. Wir können dann hier den Port aktivieren, das heißt den Rundstecker-Port. Das heißt, ich gehe bei der normalen Powerbank hier drauf, kann mir dann direkt alles nochmal so anschauen, bin dann im Menü drinne und sage DC-Out, klicke da einmal drauf und kann auswählen, mit wie viel Volt ich denn das Ganze betreiben möchte. Das heißt nicht, was reingeht, sondern was an Volt rausgeht, äh, nicht an Volt, na doch an Volt rausgeht, klar. Und das sind 12, 15, 16,5 oder 20 Volt. Kann ich jetzt hier aktivieren oder deaktivieren. So, jetzt müssen wir nochmal bestätigen, dass es die richtige Voltzahl ist. Dann habt ihr hier einen Laptop dran, der braucht seine 20 Volt oder 19 Volt. Könnt ihr natürlich nicht mit 12 Volt rangehen. Dürfte soweit jedem klar sein. Jetzt sagt ihr hier an der Stelle schon mal 20 Volt gehen raus. Aber ich habe ja noch keinen Verbraucher an der Stelle angeschlossen. Wie ich ja schon sagte, das geht ohne Probleme mit einem Laptop. Das können wir dann auch schon mal an der Stelle ausprobieren. So, den holen wir mal hier schnell rüber. Das Gerät lässt sich dann darüber laden. Also der Laptop logischerweise. So, und wir gucken einmal ganz kurz rein. Wie viel sagt er uns jetzt im Moment? Er sagt im Moment noch gar nicht. Doch, jetzt sagt er es. 35 Watt werden an der Stelle jetzt rausgeballert. Das Kabel ist etwas kurz. Da sieht man es. 20 Volt und 35,4, 7 oder 4, 8 Watt werden hier rausgegeben in den Laptop. Das heißt, er hat jetzt eine Restzeit von 1 Stunde 51. Man sieht es. Da sieht man es ganz gut. 1 Stunde 51. Und dann haben wir noch die Akkutemperatur unten rechts eingeblendet. Oben natürlich die Prozentzahlen. Oben links natürlich die Wattstunden in dem Display. Und ich kann das Ganze noch so aktivieren oder deaktivieren, dass die USB-Ports jetzt auch aktiv geschaltet sind. Was sie jetzt gerade nicht sind. Denn jetzt ist nur der DC-Port aktiv. Wenn ich jetzt noch zusätzlich die USB-Ports aktivieren möchte, drücke ich dann einfach hier an der Stelle drauf. und kann dann die USB-Ports nutzen. Natürlich die USB-A-Ports. Das heißt, ich kann jetzt hier weitere Sachen drüber laden. Von der Powerbank zum Beispiel gehe ich hier mit Kopfhörern rein oder, oder, oder. Damit man sich das Ganze nochmal vorstellen kann, symbolisiere ich das nochmal hier mit einer Powerbank. Und zwar können wir jetzt hier an der Stelle nochmal schauen. Haben wir hier die Möglichkeit zu sehen, dass der Port jetzt aktiviert ist. Und wir sind jetzt statt bei den 35 Watt sind wir auf einmal bei 46 Watt. Das ist auch soweit ganz gut. Denn die Powerbank schränkt sich da ja nicht ein, sondern sie kann insgesamt 100 Watt raushauen. Das könnte ich jetzt hier noch ein bisschen ausreizen. Indem ich jetzt hier unten an den Quick-Charge-Port, das sei auch noch erwähnt, der hat hier Quick-Charge. Das hat leider die Omni-C nicht. Die hat nur Power-Delivery. Und zwar nur auf USB-C. Kann ich jetzt hier noch eine weitere Powerbank dranhängen und das Ganze nochmal erhöhen. Also ich probiere das Ganze natürlich auch nochmal per Quick-Charge. Damit wir das jetzt nochmal im Überblick haben. Habe jetzt die Takuka Muria drangehauen. Knacken wir das Teil hier mal dran. Und dann sehen wir schon, geht die auf 9 Volt hoch. 1,7, 1,8 Ampere bei 9 Volt. Und jetzt ist die Powerbank insgesamt schon wieder bei einer Leistung von 62, 63 Watt. Das ist schon mal ganz gut. Da kann man an sich schon mal gar nicht meckern. Temperatur noch bei 21,5 Grad. Auch dementsprechend ist natürlich jetzt die Laufzeit runtergegangen. Wenn wir sie jetzt mit 62 Watt befeuern, also 62 Watt nicht rein, sondern rausgehen lassen in den Laptop. In die Powerbank oder Kopfhörer, was weiß ich, ist ja nur ein Beispiel jetzt hier. Und in die andere Powerbank, die hier wie gesagt über den Quick-Charge-Port jetzt gerade befeuert wird mit 1,5, 1,6 Ampere bei 9 Volt. Sind wir wie gesagt bei einer Laufzeit von einer Stunde, was die Powerbank uns jetzt autark noch machen würde. Das ist schon mal echt praktisch, muss ich sagen. Und ich kann wie gesagt über den Rundstecker jetzt überlegen, wie ich das jetzt gerne hätte. Aber was jetzt natürlich das große Problem ist, ich kann sie jetzt währenddessen nicht aufladen. Denn aufgeladen werden kann die Omni 20 mit 230 Volt Anschluss nur über den Rundstecker-Ausgang. Das geht auch mit einem Adapter von USB-A auf Rundstecker mit 5 Volt. Das dauert natürlich umso länger, dann seid ihr hier dabei und ladet die Powerbank in ungefähr 10 Stunden, sage ich mal, auf. Das dauert ewig. Allerdings kann man wie gesagt hier das Ganze dann auch schneller lösen und die Powerbank auch innerhalb von 3 Stunden wieder vollständig aufladen. Wenn man sie denn mit 20 Volt und so und so viel Ampere lädt, werde ich auch nochmal gleich zeigen. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier nur noch den anderen Anschluss. Ich ziehe jetzt hier diese anderen Dinger erstmal raus. Kann jetzt hier noch zusätzlich über den 230 Volt Port rangehen, um dann halt zusätzlich noch Strom zu entnehmen. So, damit man das Ganze nochmal glaubhaft hat, habe ich jetzt hier nochmal eine Glühbirne geschnappt. Und zwar eine mit 40 Watt. Das Ganze ist hier an der Oberseite zu erkennen. 60 Watt hat das Ding sogar. Sehe ich gerade. 60 Watt kann man gut erkennen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. So, und nun machen wir folgendes, damit wir die jetzt ultimativ ausreizen, die Powerbank. Wir sehen ja jetzt hier die 35 Watt. Also nochmal für euch. 35 Watt sind auf jeden Fall da. Jetzt stecke ich hier einen Stecker rein. In den Stecker stecke ich jetzt die große Lampe rein. Halt, hier ist der Stecker. So. Die 60 Watt Birne, mal gucken, inwieweit wir das jetzt schaffen. Und jetzt muss ich bloß hier oben aktivieren. Und dann... Achso, geht schon direkt los. Ja, wunderbar. Den Überraschungsmoment direkt verspielt. Haben wir hier eine Leistung von 51 Watt bei... Moment, 213 Volt. Und da haben wir die 51 Watt wieder, die direkt jetzt hier aus dem Stecker kommt, damit das Ganze hier auch nicht gefakt ist. Da ist der Stecker, das Kabel. Hier ist die Lampe, die schön Hitze absondern als 60 Watt Birne. Und wir haben eine Leistung von über 100 Watt. Also wirklich ziemlich krass das Gerät. Läuft dann aber auch, wie man hier sieht, nur noch 33 Minuten, weil sie gleichzeitig den Laptop lädt. Und wir haben eine Echtzeitberechnung an der Stelle drin. Ich kann jetzt folgendes machen. Ich ziehe jetzt den DC-Port raus. Kann natürlich jetzt hier machen, was ich möchte. Und wir gucken mal hier ganz kurz. Wir dürfen uns nicht wundern. Das hat mich am Anfang auch verwundert. Hier haben wir 52 Watt stehen. Die stimmen auch. Das ist die Leistungsaufnahme der Glühbirne. Allerdings haben wir jetzt hier natürlich weniger. Mehr natürlich. Und zwar statt den 51 gehen hier raus 67 Watt. Das ist der Wandler. Und zwar der Wandler, der das auf 213 Volt, 230 Volt hoch lädt. Also nicht hoch lädt. Wie sagt man das am besten? Hochtransformiert, sage ich mal. Und dementsprechend die Leistung natürlich an die 213, 230 Volt Blühlampe abgeben muss. Die leuchtet dann noch 50 Minuten. Wir sehen oben links. Da schwinden natürlich die Wattstunden ruckzuck. Aber dafür ist es auf jeden Fall mal geeignet. Kann man auf jeden Fall so nicht meckern. Dann ziehen wir das Ganze wieder raus. Und dann normalisiert sich auch die Laufzeit wieder. Die Temperatur geht übrigens weiter hoch. Wir sind dann irgendwann bei 30 Grad. Dann geht der kleine Lüfter an. Dementsprechend müssen wir uns da nicht wundern. So, das ist wie gesagt alles, was die 230 Volt Variante kann. Die USB-C Variante hatte ich ja schon erwähnt. Kann leider kein Quick Charge. Wir werden das Ganze jetzt auch nochmal testen. Weil wie gesagt, erwähnt ist es leider nicht. Warum die jetzt hier blaue Anschlüsse hat, weiß ich jetzt persönlich nicht. So, wir machen die mal an. Dann setzen wir uns gleich zum Schluss nochmal mit dem Menü auseinander. Sie kann doch Quick Charge. Ich habe etwas völlig Falsches erzählt, aber es wird gar nicht darauf beworben. Das ist ja lustig. Die kann doch Quick Chargen. Und zwar haben wir hier 9 Volt und wie wir sehen 1,6 Ampere maximal. Aber wieso steht das hinten nicht drauf? Das ist ja auch lustig. Habe ich jetzt persönlich gar nicht so gewusst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wir sehen es, sie kann genauso Quick Charge wie die andere Powerbank auch. Das ist ziemlich cool. Und gucken wir nochmal hier rein. Sie kann sogar auf beiden Ports Quick Charge. Ach, guck mal. Jetzt bin ich aber mal erstaunt. Das habe ich jetzt vorher wirklich gar nicht wahrgenommen. Das heißt, ich kann zwei Geräte jeweils mit 9 Volt betreiben, wie es aussieht. Das müssen wir nochmal probieren. So, nach Hin- und Hergesuche habe ich es tatsächlich hingekriegt. Und zwar einmal das Asus Zenfone 3 Deluxe. Hängt dran hier mit 9 Volt und 930 Milliampere. Und hier die Tachyker Myriad, die an der Stelle da hinten noch lustig grün leuchtet, wie man sieht. Und dann aufgeladen wird bei 9 Volt und 1,27. Also beide USB-A-Ports unterstützen hier 9 Volt. Das wusste ich jetzt wirklich gar nicht. War jetzt ganz erstaunt. Also großes Lob nochmal an Omni-Charge, dass die jetzt bei beiden Ports Quick Charge dran haben. Das kann die 230 Version nur auf dem unteren Port. Weil hier steht auch nur noch 5 Volt ist gleich 3 Ampere maximal. Okay, das stimmt. Aber auf der Rückseite steht ja dann hier nochmal drauf, dass wir Quick Charge 3.0 haben, Output 2. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich jetzt vielleicht, darf ich das doch irgendwie überlesen? Weil von Quick Charge steht hier wirklich gar nichts. Steht hier auch nicht. Kein Quick Charge. Wird nicht erwähnt an der Stelle, aber es funktioniert. Also das ist schon mal ganz wichtig. Somit sind wir hier schon mal bei 21 Watt, die jetzt verbraucht werden. Und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen mogeln, sage ich mal. Und versuchen da noch andere Geräte mit aufzuladen. Ich versuche es jetzt nochmal hier. Das ging beim letzten Mal nicht. Ich habe hier so ein Spezialkabel von... Wie heißt das gleich nochmal? Ein Spezialkabel von Decoder. Ich glaube, die gibt es auch leider nur zu den Ladegeräten dazu. Die gibt es noch nicht einzeln zu kaufen. Achso, jetzt habe ich das völlig verkehrte Kabel dran. Da haben wir jetzt zum Beispiel den LG Kurzdistanzbeamer, der ja auch gut Leistung braucht bei 450 Lumen. Den stecken wir jetzt hier direkt mal ran. Machen den auch mal direkt an. Und wollen mal direkt beobachten, was passiert, wenn ich den anschalte. Also ihr seht, der klemmt jetzt hier in den ganzen Kabelgewirr. Dieses weiße Kabel geht da lang. Und dann wollen wir den direkt mal darüber laufen lassen. Aber achso, ich habe etwas völlig Wichtiges noch vergessen. Und zwar den Leistungspulver über USB-C, der uns das sagt, in wie viel Volt jetzt hier reinfließen in das Gerät. Gucken wir mal gleich nochmal nach. Der startet sich gerade. 15 Volt und 680 Milliampere. Na gut, das ist dem Beamer ganz egal. Der lässt sich mit 15 oder auch 20 Volt laden. Aber viel interessanter wird es, wenn wir den jetzt erstmal anmachen. Ein Stück wegdrehen. Läuft an. Bleibt trotzdem bei 15 Volt. Geht aber hoch auf 2,85. Oh nee, 2,8. Jetzt wieder runter. 2,8 Ampere bei 15 Volt hatte der eben. Somit braucht die Powerbank natürlich ein bisschen Leistung, wie man hier erkennen kann. Kann man nicht erkennen. Da. Bei 60 Watt waren wir kurzzeitig. 28 Minuten haben wir da also noch über bei 42 Prozent. Das ist echt gut. Hier oben seht ihr mal, was das Leistungsgerät sagt. Geht auch nicht auf 20 Volt hoch, warum auch immer. Aber er lädt ihn immer hin. Das ist schon mal ganz praktisch. Somit können wir auch die 450 Lumen hier darüber voll und ganz brauchbar entfalten. Also da sieht man schon mal, was da für Power durchwandert. Das ist schon mal echt keine schlechte Sache. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Idee. So, ansonsten. Wir können den natürlich auch wieder abziehen. Der hat ja einen internen Akku. Dementsprechend gehen wir jetzt wieder runter auf 19 Watt. Alles kein Problem. Hä, hä, was ist da los? Jetzt hat er es. 19 Watt. Das sind nur die beiden Ausgänge jetzt hier vorne. Der Rest an sich ist schon mal völlig uninteressant. So. Jetzt versuchen wir nochmal hier den Razer Blade zu laden. Das hat beim letzten Mal, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich werde mich, wenn ich ein Notebook mit USB-C das erste Mal hier habe von einem guten Kollegen, werde ich mich diesbezüglich nochmal dazu ausgiebig melden. Er erkennt zwar, dass es 20 Volt sind. Ach so, jetzt macht er es beim letzten Mal. Es hat es nicht funktioniert. Ist ja lustig. Und er fängt ihn an zu laden. Und wir sind jetzt hier bei 52. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das auch erkennt, wenn ich den jetzt hier hochfahren will. Ob das Ganze dann trotzdem funktioniert. Beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Oh ja, doch, doch, doch. Es funktioniert. Kurzzeitig. Schade. Und dann geht es runter. Also er hat eben gerade 20 Volt und 3 Ampere kurzzeitig mal ausgegeben. Das wäre natürlich Wahnsinn, aber das ging leider nicht lange gut. Mal gucken, ob er sich jetzt irgendwann dann... Doch, er pendelt sich wieder ein. Oh, und er lädt ihn sogar im laufenden Zustand. Eine sehr, sehr gute Sache. Hier sieht man es nochmal. 20 Volt sind auf jeden Fall am Stab. Kabel geht hier hinten rein in den Laptop. Also mit passendem Kabel, welches leider, wie gesagt, nur von der Firma Decoder erhältlich ist. Also nur zum Ladegerät dazu. Unter anderem zu so einem hier. Wirklich ziemlich praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade, dass man die Kabel noch nicht einzeln kaufen kann. Das sollten die Kollegen wirklich mal einführen. Also hier kann man definitiv sagen, ist ordentliche Leistung dabei. Wir gucken nochmal auf das Bildschirmchen. 64 Watt. Also auch im laufenden Betrieb lässt sich hier die Omni 20C nicht lumpen. Wie gesagt, das kann natürlich die Version hier auch. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier nochmal einen Netzstecker reinstecke und wenn ihr gesehen habt, eine 60 Watt Birne lässt sich betreiben, kann die das auch. Die hier, wie gesagt, schaffen wir bis auf 105 Watt. Ich hatte die auch schon mal auf 120 Watt, was das Display angeht. Allerdings kommen wir hier bei der hier nicht wirklich weiter. Und zwar müsste ich jetzt hier noch ein anderes Gerät dranhängen. Das probieren wir jetzt nochmal. So, damit es noch ein bisschen unübersichtlicher wird, habe ich einfach noch ein paar Kabel geholt. Und zwar gehen wir jetzt hier an der Stelle ran und schauen uns mal um und haben jetzt hier noch einen Beamer. Allerdings habe ich jetzt kein zweites USB-C Leistungsmessgerät. Deswegen müssen wir uns jetzt einfach mal drauf verlassen, dass das hier so funktioniert, indem ich jetzt hier gucke, ob der Laptop hier an der Stelle weiter geladen wird. Wir gucken mal. Stecke ich das hier mal rein. Und wir warten kurz auf die Bestätigung, dass das funktioniert. Und er macht es tatsächlich. Er lädt ihn. Jetzt sind wir bei 70 Watt. Da für euch nochmal. Über 70 Watt. Jetzt ist er wieder weg. Mal gucken, ob er sich gleich nochmal fängt. Jetzt fängt er wieder an zu laden. O 82 Watt. Ach, das ist wahrscheinlich, weil ich den hier im... Genau. Weil ich den jetzt hier in Höchstleistungsmodus laufen habe. Deswegen, wenn der Prozessor zu viel Strom braucht, schaltet die Powerbank einfach ab. Jetzt ist er bei 66 Watt. Okay, das funktioniert also. Jetzt nochmal im ganzen Kabelgewirr schnell dieses Gerät hier ran. Und zwar versuchen wir auf den zweiten Port alles rauszuholen. Indem ich jetzt hier den PH30JG Beamer von LG lade. Mobiles Gerät. Und auch dieses funktioniert ohne Probleme. Allerdings sagt er mir, 67 Watt kommt daher, weil der kleine Beamer einfach schon der Akku voll ist. Achso, müssen wir mal anstellen. Na nun, da. Fängt an rot zu löschen. Drücken wir aber drauf. 92 Watt. Da habt ihr gesehen, da kommt ordentlich was bei raus. Allerdings bin ich mal gespannt, inwiefern er das mitmacht, jetzt vom Laden her. 77, 78, 54. Ja, also ein und aus schaltet er sich. Der Laptop wird geladen. Und der Beamer, halt jetzt hat der Laptop wieder aufgehört. Das sieht man aber ganz gut, weil der hier immer hoch und runter schwankt, weil der Prozessor vom Laptop gerade am Starten gut was braucht. Und der Beamer braucht nochmal 20 Volt bei 540 Milliampere. Ja, das heißt, jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die laufen ja beide währenddessen immer noch auf 9 Volt. 9 Volt, 9 Volt, 20 Volt, 20 Volt. Das ist echt eine Kunst, was die da erschaffen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sehen wir es, 89 Watt kurzzeitig mal. Ich habe es in der Review von der Omni 20C, welches jetzt auch online ist, mal geschafft auf genau 100 Watt. Und dann limitiert die Powerbank aber wirklich 100 Watt. Und dann sagt die, ist Schluss. Mehr geht hier wirklich nicht. Also krasse Sache. Hier an der Stelle nochmal gesehen, der Beamer läuft auch wirklich. Also wirklich über 90 Watt kurzzeitig schwankt er mal und dann ist wieder Schluss. Also ich muss sagen, ist eine wirklich tolle Sache. Wenn ich hier mit ein paar Akkus laden möchte, geht das auf jeden Fall. Aber ich kann aber auch gleichzeitig den Beamer betreiben. Den Laptop betreiben. Ich kann einfach alles betreiben währenddessen. Das ist wirklich eine super Sache. Der hat sich hier gerade im Hintergrund ausgeschaltet. Also nicht ausgeschaltet. Ihr seht, jetzt leuchtet er wieder. Habt ihr gar nicht gesehen. Habe ich auch gesehen. Wie dem noch sei. Also die Omni 20C, wirklich ein Heiden-Spektakelteil. Und die Omni 20 mit 230 Volt, auch ein Heiden-Spektakelteil. Wirklich tolle Sache. Jetzt gucken wir uns nochmal schnell das Ladeteil an, wie das funktioniert. So, mal ein bisschen Ordnung gemacht. Mal nicht wundern hier, die beiden Geräte lassen sich im Übrigen fast per Pass-Through betreiben. Ich sagte ja, die 230 Volt Version kann hier rüber geladen werden. Aber halt natürlich hier über Rundstecker dann nicht gleichzeitig einen Ausgang betreiben. Also hier wird geladen und 230 Volt können wir ausgeben. Oder wir können auch hier laden und hier über USB dauerhaft ein Gerät betreiben. Das funktioniert auf jeden Fall. Hier ist es anders. Wir können hier dauerhaft bestromen oder hier dauerhaft bestromen und hier ein Gerät oder hier ein Gerät jeweils davon dauerhaft betreiben. Das heißt, Pass-Through-Energie fließt durch oder auch hier rüber. Klappt hier ein bisschen besser. Hätten wir hier zwei Rundstecker-Anschlüsse, wäre das natürlich noch ein bisschen praktischer. Aber was soll es, geht nun mal nicht anders. So, jetzt nehme ich das Inertag-Ladegerät. Das ist eines der guten Ladegeräte, die wirklich die 45 Watt da reinpeitscht. Und da ist es der Omni 20C auch vollkommen schnurz, in welche Richtung ihr das Kabel reinsteckt. Das ist nämlich sowas von egal. Laden tut sie ja doch. Allerdings werden hier im Display immer um die 39 Watt angezeigt. Und dann sagt er uns auch innerhalb kürzester Zeit, wie lange er braucht, um vollgeladen zu werden. Er geht jetzt gerade runter von 4 Stunden 34. Rechnet er jetzt gerade hoch auf 1 Stunde 22, dann ist der Akku schon wieder voll. Das ist echt genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sehen wir es nochmal, was das Ladegerät verbraucht. Ist bei 41 Watt, also die 45 Watt, also 42 Watt jetzt, 45 Watt werden nicht zu 100% ausgenutzt. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Denn so, wie gesagt, ist eine volle Ladung in ungefähr 2,5 bis 3 Stunden möglich, wenn wir von 0 auf 100% laden wollen. Wirklich sehr interessant. 500 Zyklen, sagt ja der Hersteller, sollen ungefähr damit machbar sein. Was ich noch ganz lustig finde, ich kann hier zum Beispiel die Omni 20 mit einem, also die mit Rundstecker. Da das an den Razer Blade bei mir passt, das ist wahrscheinlich bei jedem Laptop von euch unterschiedlich, kann ich folgendermaßen eins machen. Ich kann dieses große, fette Ladegerät nehmen und die damit natürlich auch laden. Das heißt, hier steht drauf, 19 Volt und 7,9 Ampere. Und dann kann ich das Ganze einfach da reinstecken. Dann werdet ihr das Ganze mal sehen. Jetzt werde ich hier mal wieder Kabelgewirr, Katastrophe wieder. Und nehme einfach das Laptop-Netzteil, was ich ja sowieso brauche, um den Gaming-Laptop zu betreiben, weil sonst komme ich da nämlich nicht mit weit. Kann ich hier ganz einfach drauf gehen und lade mit dem Gaming-Netzteil, verdammt nochmal, was ist los, lade ich ganz einfach jetzt hier auch meine Powerbank auf. Und das ist echt eine ziemlich praktische Sache. Ihr seht, das dauert einen kleinen Moment. Aber wenn er es dann erstmal gefangen hat, komme ich hier bei der 230 Volt Powerbank auf die 45 Watt. Das habe ich bei der Omni C, Omni 20C noch nicht so ganz geschafft. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht, ja eigentlich habe ich ja das, eines der besten Netzteile mit 45 Watt schon hier von den Inertec-Läuten. Und dann bin ich mal gespannt, ob da noch was Besseres geht. Hier die Sache noch 17 Minuten von 85 auf 100 Prozent und dann ist das Ding wieder vollgeladen. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, das war ein Chaos-Bericht und Test. Ihr habt gesehen, die beiden Dinger nehmen sich an sich nichts, schaffen beide 100 Watt oder auch bei der 230 Volt Version sogar ein bisschen mehr als 100 Watt, aber nicht kurz. Nur kurzzeitig, nicht lange. Ist auf jeden Fall ein tolles Gerät und ja, für mich sind sie beide schon Gold wert. Ist wie gesagt Kickstarter. Ich werde das Ganze einfach mal unten in der Beschreibung verlinken. Die eine gibt es auch auf Amazon, verlinke ich euch auch mal, wem es gefallen hat. Gerne mal ein Like da lassen oder das Video teilen, wer da was mit anfangen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiederschauen.